Heyho Leute, ich bin Cranky, ein neuer Mitspieler. Nein Spaß, ich bin die Larissa, so wie wir uns halt eigentlich. Ich freu ja die Reli, aber egal, das wisst ihr alle schon, also ich rede nur Quatsch. Ok, wir spielen jetzt Donkey Kong, Country Tropical Freeze. Und es hängt Gemila. Es hängt, weil es cool ist. Lass es hängen, ich drücke inzwischen. Wir spielen, ja wir sind bereit, inzwischen schaue ich, ob ich das hängende weg machen kann. Und ich habe gerade voll vom Mikro weg gesprochen, tut mir leid. Ja, tut es leid. Sehr. Dir tut es nicht leid, wenn du vom Mikro weg sprichst. Oh ja, mir tut es auch leid. Das ist ein Silhouetten-Level. Was? Das ist ein Silhouetten-Level. Oh cool. Dein Bart, wie er leuchtet. Guck mal her. Was ist jetzt passiert? Und sie liebt diesen Stock. Ja. Das Silhouetten-Level ist cool, oder? 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 Hol die Banane, du Drossel. Ich? Ja, da oben. Du hast die Gegner getötet. Nicht so schnell. Wo? Da oben. Da oben. Geh nimmer, weil du die Gegner getötet hast. Aber ich komme mit dem Stab rauf. Aber ich finde die Farben vom Hintergrund uhrgeil. Was ist das? Okay. Lustig ist auch cool. Ah ja, ich habe jetzt... Wow. Ich zieh an? Nein, passt schon. Wir haben schon alles gesammelt. Blätt, das ist auch ein cooles Detail. Und das ist alles so schön gezeichnet irgendwie. Gezeichnet? Ja, eh nicht. Aber... Sieht so aus. Oh. Sind gar nicht so schlecht. Hä? Achso, die Pflanze ist da durchgewachsen. Und das bringt uns was? Ah, die Liane. Und die Liane bringt uns was? Irgendwie ja nichts. Oder? Ui. Ich sehe es. Da oben ist wirklich was. Da oben ist was. Wenn wir die Liane irgendwie schwingen... Da oben ist auf jeden Fall was. Da habe ich irgendwas in den Blättern gesehen. Ich weiß wie. Ah, ich muss warten, bis der Hintergrund runter sinkt. Ah. Okay, geh. Oh, der ist ein Puzzleteil. Schauen, ob wir nichts übersprungen haben. Ja. Ich auch. Gut. Da unten ist noch ein Herz. Ich sehe es. Ich wollte eigentlich was machen. Schalt machen. Da unten ist ein hübscher Luftballon. Der ist sogar rot. Du brauchst das jetzt eh nicht mehr. Warte, warte. Ich kann das besser mit Rolls... Oh. Man muss einfach warten. Ich dachte, man muss einen Rollsprung machen. Ach komm. Das ist so amateurhaft. Was machst du? Komm zurück. Okay. Das sind böse Büsche. Ich habe das Gefühl, dass hier was ist. Es schaut so aus, als könnte man da unten irgendwas machen. Da oben ist der Buchstabe. Warte. Ah, man muss da rechts. Mir egal. Mir nicht. Ich schaffe sie auch so. Übrigens, ich habe ihn geholt, okay. Komm her. Da ist was. Nein, komm wieder zurück. Oh, ein Brusteltal. Wir haben schon drei. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, wenn wir welche gesammelt haben. Ich glaube aber da links war noch was. Aber egal. Oh Gott. Wir haben alles kaputt gemacht. Geh von mir runter. Ich wollte da nah. Ich muss schon selber laufen. Oh, ich dachte, das wäre fast gewesen zum heilen. Oh, das war richtig gut von mir. Gut, gehen wir wieder rauf. Oh, das sieht schon alles so nice aus. Wie fanden jetzt, wenn alles so cool aussehen. Komm, wir müssen irgendwelche Insider entwickeln in dem Let's Play. Was hast du? Irgendwelche Wut. Heil uns. Ja. Wir sind geheilt. Wir sind geheilt. Ich habe kein Aids mehr. Wir können ficken. Wir, 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 wir. Tschüss. Schau mal, da ist mein langer Schwanz aus dem Boden. Wir sind bleib. Komm her. Komm her. Ich habe auch keine Ahnung, wie ich die ganzen Folgen nennen soll. Das wird alles schrecklich. Weil einfach nichts Besonderes passiert in den Folgen. Aber das Spiel ist schon besonders und das reicht. Die Namen müssen ja nicht gut sein. Aber ich brauche Klick. Geile Namen. Damit ihr dir dieses Video anklickt. Böse Büsche hast auf jeden Fall dieses Video. Glaube ich. Wenn mir nichts Besseres einfällt. Das ist mein Schwanz. Bitte lach nicht drüber, okay? Ich gebe mein Bestes, ja? Wir schaffen wieder den Kong. Es fehlt mir noch das G. Aber es ist nichts Besonderes, weil die K und G Buchstaben sind nicht. Du hast mich ins Dunkel gestoßen. Du hättest nichts warnen müssen, weil mit dem Donkey Kong fast hätte ich dich wiederbeleben können. Aber egal, ich heile mich. Ich will dich heilen, gell? Ja, wenn du dich komplett umbringst. Dieses Ventilator-Ding hat sich plötzlich gedreht und stand oben. Wenn du die Folge anschaust, ich stand oben und es hat sich gedreht und bin runtergefallen. Okay. Und jetzt deutlicher nochmal. Das Ganze. Ich lass los. Nicht im Ernst. Ein Erdbeben. Gehen wir nochmal zurück. Wir müssen nochmal ziehen. Ich hab doch. Du bist so episch. Rollen, 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 rollen. Wir gehen rollen. X und Raufen. Ah, Halleluja. Ich glaube, das ist ein böser Busch. Ah. Ich hab das Gefühl, wir kommen jetzt in den Hintergrund. Nein. Weil das war grad... Vielleicht geht das auf Zeit. Sagen wir alles ein. Es sieht so aus, als würde das auf Zeit gehen. Ja! Oh. Hey, die ist doch auf dich drauf gefallen. Ja. Ach, das wäre sicher ein Puddelteil gewesen. Wie soll... Wie soll man das alleine schafften? Oh mein Gott. Ich hab's eh bekommen. Nein. Dann wäre sicher irgendwas aufgetaucht. Wenigstens ein hübsches Geräusch. Komm mal rauf, alter Nah. Oder lass dich ganz... Komfortabel teleportieren. Ja, okay. Wie hätte man das machen sollen? Ich hab's doch gesagt. Wir sind im Hintergrund. Oh mein Gott. Da ist das G da oben. Ach so. Ich dachte wir sterben jetzt. Oder sterben wir? Oder schaukeln wir nur hin und her? Geh doch hoch. Hol es. Hol es dir. Okay. Wir haben die K-Ung-Buchstaben. Juhu. Hol die Banane da längs. Hol sie. Alter Nah. Und was ich dir sage. Dann geh ich halt nicht hier dorthin. Mach deinen Stock. Nein. Ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich das schaffe und deswegen habe ich nicht gedrückt. Ich habe... Ich habe nichts gedrückt. Oh nice. 6 von 9. Ist nicht nice. Im zweiten Part haben wir auch 6 von 9 geschafft. Rekord haben wir glaube ich noch nicht gebrochen. Nein. Nein. Oh ja, 7 von 9 hatten wir schon. Die Parts vergehen schneller. Die Level werden glaube ich ein bisschen kürzer. Oder wir werden besser und skillhafter und deswegen schaffen wir es schneller. Denn der Part ist noch keine 10 Minuten lang. Aber ein neues Level zu Beginn lohnt sich jetzt nicht wirklich. Wir können schauen wie viele Leben wir haben, wo wir wieder neue einkaufen müssen. Wir haben 15 Leben. Okay. Leben brauchen wir noch keine. Willst du noch ein Part jetzt aufnehmen? Weil wir nehmen das gerade alles an einem Tag auf. Und das ist der fünfte Part. Willst du noch ein Part aufnehmen? Okay. Der übernächste Part wäre dann das Boss Level. Bonus Level. Was? Boom ist ein Bonus Level. Nein, das ist das K Level. Wenn wir alle K und G Buchstaben sammeln. Achso. Willst du noch zwei Parts aufnehmen? Nein, das geht sich leider nicht mehr aus. Nein. Schade. Dann hält mit dir das K und G. Ja, egal. Das wäre eigentlich. Okay. Wenn euch der Part gefallen hat. Das ist doch eine positive Bewertung da und jetzt tschüss und tschüss. Dann bekommt ihr einen Kuchen. Tschüss. Kommentare schreiben. Danke. Tschüss. Abonnieren. Danke. Und liken. Tschüss. Schnell.